Ist ja gut, wir haben doch die nächste Folge Köln 50667 und ist ja gut, ich habe eine Folge ausgelassen bei Mara und Hannes Geschichte. Ja, ich weiß, spring kurz zurück, ist ja auch egal, Elmo tanzt ein bisschen im Hintergrund. Los geht's, lehnt euch zurück, holt euch was zu trinken, Snack, auf geht's in diese wundervolle Folge. Keine Ahnung, kann der Besitzer doch kommen? Nein, 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 der ist weg, 100%. Sicher? Ja, ich glaube schon. Leute? Kleine Surprise? What the fuck? Oh, hell. Köln 50667, oh, hell, no. Ganze folgen seht ihr auf RTL Plus. Hör auf jetzt, Mann. Ey, bleib stehen, jetzt ist die Tübe schroren. Ich will keine Spätzle mehr essen, ey. Was für Geld? Wofür? Wie, wofür? Wofür auch immer. Wofür soll ich sagen? Alter, auf meiner Homepage steht ganz genau, was ich mache und nicht. Ist mir doch scheißegal, es kommt drauf an. Ey, Kollege, ey, was ist denn hier los? Oh nein, Mara hat schon wieder eine Auseinandersetzung mit einem Kunden. Vor allem wie die so richtig klischee-mäßig, diese Kunden immer so schnöselig, so mit so einem Anzug und ein bisschen älter bekleiden. Immer mit Anzug. Weil wir haben schon zwei, drei andere Kunden gesehen und die sahen alle so aus. Was ist denn hier los? Wer bist du denn? Das ist doch scheißegal, wer ich bin, oder? Chill mal, wir haben hier was zu tun. Alter, der Schraute jetzt, großer. Mal auf, was ist das? Hannes, Junge, woher diese große Klappe? Hast du gleich eine hängen? Ich hab gleich eine hängen? Ja, du hast gleich eine hängen. Was ist mit dem Typen, ey? Der gibt mir mein Geld nicht. Das steht mir zu. Echt zu blöd hier. Ey, Kollege, wenn sie ihr Geld haben will, ey. Ich verabschiede, ich habe nicht gesagt. Ja? Tschüss. Kollege, wenn sie ihr Geld haben will, dann gibt sie Geld. Ach, ich krieg meine Kohle noch. Alter. Wer ist der Typ? Das ist eigentlich auch eine wilde, ist auch so klischee-mäßig mit so einem Leoparden-Mantel. So rote Handtasche, rotes Kleid. Also, das ist crazy. Die macht auf jeden Fall in Köln kein Geheimnis da draußen, ne? Mich würde mal interessieren, warum der Typ nicht zahlen will. Hatte nicht das bekommen, was er wollte? Fandte es nicht gut? Was war da los? Nächstes Mal Dings-Vorab-Bezahlung. Oder Sepala Schriftmandat. Oder Paypal ohne Käuferschutz. Besser, denn hätte sie jetzt ihr Geld. Ja, ihr könnt jetzt auch aufhören, so zu tun, als wüsstet ihr nicht, als was ich arbeite. Ist ja wohl gerade offensichtlich, dass ihr wisst, dass ich Escort Girl bin, oder? Danke. Die Blicke, die sie sich zuwerfen. Ja, Mara ist Escort Girl. Genau, das ist ja noch die Anfangsphase, wo die das erst so ein bisschen checken müssen. Mara. Ich habe gedacht, ich kann dir vertrauen. Ich habe... Was? Der hat sich doch gerade für dich eingesetzt. Was soll er denn sonst noch machen? Oder warum seid ihr sonst die ganze Woche schon so komisch zu mir? Ne, komm, lass es. Ich habe nichts... Drama Queen? Ey, wieso geht denn Mara davon aus, dass ich Mo und Jill verraten habe, dass sie als Escort Girl arbeitet? Weil, hä, die sind in der WG? Hä, wenn du das nicht willst so? Also, ich meine, du gehst doch mit den Typen auch in eine Bar, wie wir das in einer anderen Folge gesehen haben. Du streitest denen davor. Also, früher oder später bekommt das doch eh halb Köln mit. Köln ist ein Dorf, Leute. Ich habe da sieben Jahre gewohnt. Köln ist ein Dorf, da kriegt da eh irgendwann jeder mit. Und das sind seine WG-Bewohner. Und die standen doch jetzt gerade live daneben. Also, wenn dich das kränkt, wenn Leute das erfahren, dann solltest du diesem Job nicht nachgehen. Oder du solltest das in einer anderen Stadt machen. Gut gemeinter Tipp. Das habe ich nicht gemacht. Die haben es selber herausgefunden. Ich muss das einfach richtigstellen. Ja, ja, der mag sie. Der mag sie. Ich könnte nicht mit einem Escort Girl zusammen sein. Ich weiß, es ist für jeden ein bisschen anders und auch für dich. Ich meine, wenn du frisch verliebt bist oder so, dann sieht man die Sachen anders. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, wenn ich wüsste, dass du mit dir anders schläfst, dann würde ich mich kaputt machen. Sag ich ehrlich. Ja, ja, okay. Guck mal, wir sind ja noch nicht zu lernen. Noch, aber du hast ja trotzdem, weißt du, du empfindest ja was, oder nicht? Alles. Die Folge mit der Geschlechtskrankheit, wo er den Jucca bekommen hat, die ist auch erst danach, Freunde. Das ist noch, glaube ich, vor der Geschlechtskrankheit. Ja, hätte ich mich auch gewundert, wenn sie in der Folge nicht irgendwie da halbnackt durch die WG läuft. Macher, ganz kurz. Kannst du, warte mal, ganz kurz, einen Moment, bitte. Ich will jetzt gerne richtigstellen, was jetzt hier vorhin lief. Die wohnt da jetzt schon da, ne? Boah, ihr merkt schon, ich bin, ich bin verwirrt. Könnt ihr ja vielleicht auch was dazu sagen, aber ich habe nicht erzählt, was du arbeitest. Sondern? Wir haben uns selber gesehen. Wir haben ein Kundengespräch mitbekommen. Okay, und wieso sagst du mir dann nicht einfach, dass Moni Bescheid wissen? Weil ich Schiss hatte, dass du irgendwie irgendwie abgefuckt bist oder so. Keine Ahnung, okay. Ich habe mich einfach nicht dabei gut gefühlt, wenn ich das sagen würde. Mann, es ist doch eh besser, wenn die beiden das wissen. Ich meine, ihr wohnt zusammen. Also wie nervig ist, so ein Undercover-Leben zu führen. Das nervt doch. Immer alles verstecken und die ganze Zeit lügen und immer irgendwelche Ausreden parat haben. Das ist so nervig. Mann, das sind deine Mitbewohner, die werden deinen Lifestyle früher oder später eh mitbekommen. So, ich habe auch in der WG gelebt. Und man lernt halt den anderen einfach ein bisschen kennen, wie der lebt. Das ist ja zwangsläufig so. Deswegen ist es doch eher gut, wenn deine Mitbewohner das wissen. Ihr seht schon, ey, ich bin wieder voll drin. Elmo auch. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich stehe zu meinem Job und mir ist das auch nicht unangenehm, okay? Hä? Mara, das macht keinen Sinn. Mara, das macht gar keinen Sinn. Lass mich einmal kurz mit dir reden. Das macht keinen Sinn. Wenn dir es nicht unangenehm wäre, dann hättest du ja direkt mit offenen Karten spielen können. Warum solltest du es sonst nicht erraten, äh, sagen? Du wolltest ja nicht, dass sie es erfahren. Du warst ja sauer, dass sie es erfahren haben. Es kann ja nur aus dem Grund sein, weil es dir unangenehm ist. Ich hänge das nur nicht immer direkt an die große Glocke, weil es immer Menschen gibt, die Vorurteile haben und da habe ich keinen Bock drauf. Das stimmt auch. Finde ich auch okay. Guck mal, wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne, erzähle ich auch nicht direkt so, äh, ja, ich mache YouTube-Videos, weil auch viele Leute haben da Vorurteile gegen. Kann ich 100% verstehen. Deswegen halte ich das so lange raus, wenn jemand direkt danach fragt, lüge ich natürlich nicht, aber so damit, äh, das kenne ich so. Aber wenn du mit jemandem zusammenlebst, dann können die das ruhig erfahren, so, ne? Und dann auf Hannes sauer zu sein, weil du denkst, dass er es dir erzählt hätte, ey, come on, da ist ein bisschen Kinderverhalten, ne? Aber ihr scheint damit ja kein Problem zu haben, oder? Ja, das Einzige, womit ich ein Problem habe, sind solche Penner, die dieser Typ da unten eben gerade, der, äh, dich da dumm anmacht und, äh, dir dein Geld nicht geben will für deine geleistete Arbeit. Ja, danke. Ich will mir das auch nicht länger gefallen lassen. Deswegen habe ich gerade unter der Dusche entschieden, dass ich zu diesem Arsch war und mir das wohl, was mir zusteht. Ist mir scheißegal, ich will mein Geld haben. Der hat so ne Yacht im Yachthafen und da fahr ich hin. Was? Ne Yacht? Ja. Ja, wie wär's, ich hab irgendwie keine Lust, dich da alleine hingehen zu lassen. Habt ihr Bock mitzukommen? Ja. Ja? Okay. Ja, wäre korrekt. Okay. Und ganz kurz noch, ähm, bist du noch sauer oder so? Die kriegt die Kohle nicht und das Rache fährt jetzt einfach zu seiner Yacht, während der weg ist. Und macht ein bisschen auf der Yacht chillen. Ja, so kann man sich das auch nehmen. Weil ich jetzt die Wahrheit verschwiegen hab. Ja, schon. Bisschen. Okay, ich mach mich fertig. Vor allem könnte sie, wenn nicht gezahlt wird. Das ist halt schwierig, ne? Die haben zwar eine mündliche Vereinbarung getroffen, aber ich weiß nicht, wie das so mit Escort ist. Kann man da zu einem Anwalt gehen und so? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ein bisschen. Das war's. Das letzte da? Ja. Das fette. Ich laber mich nicht voll. Ja, klar. Oh, und der will nicht zahlen. Der scheint ja genug parat zu haben, wenn der hier so ein dickes Boot fährt. War klar, dass dieser Spacken das größte Boot von allen hat. Oh, geil, Alter. Können wir uns das mal ausleihen oder wie sieht's aus? Was? Und der hat keine, keine Ahnung, wie viel? Der hat keine 200, 300, 400 Euro für sie? Oder mehr, keine Ahnung. Ich kenn mich mit dem Preis nicht aus. Also, wenn man so ein Boot fährt, weil nicht nur der Anschaffungspreis, Freunde, sondern die Unterhaltskosten, Säuberung, die Crew, das ist ein Riesenboot. Der Hafenplatz, Freunde, kostet vierstellig oft im Monat. An teuren Häfen, glaube ich, hat sogar fünfstellig im Monat. Du sagst, der hat Geld. Also, die Reihen entlang. Klar hast du. Boah. Was? Ähm, das ist ein... Hände auf, Jungs. Ihr Spaßvögel. Das ist ja ein Riesen-Schiff. Boah, das ist ein richtig krankes Teil, Alter. 04813. Haben die das gechartert für den Dreh oder was? Wahrscheinlich, oder? Wir können da jetzt einfach rein. Seid ihr sicher? Warum, wieso gehen wir hier einfach hier hoch? Hier können doch Leute drin sein, oder nicht? Hallo? Hm? Wieso gehen wir jetzt einfach hier hoch? Ne, das passt schon. Was denn? Ähm... Ist keiner da, oder was? Ne. Scheint so, ne? Ne. Wau, 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 wau. Keine Sorge, ist keiner da. Der Typ ist geschäftlich ein paar Tage weg, ja. Deswegen sind wir doch hier. Und er denkt ja, der gibt mir das Geld jetzt frei weg. Ich dachte, wir kommen jetzt hierher und sagen mal, hey, pass mal auf, Großer. Äh, hier fehlt noch ein bisschen Geld, ne? Von mir ja auch ausgedacht. Ne, ich eigentlich nicht. Ne, sie hat doch in der Küche gesagt, dass er nicht da ist. Oder hat sie das nicht gesagt? Doch, die hat doch gesagt, dass wir uns das jetzt selber irgendwie ranholen. Wir gehen da rein und gucken mal, was wir holen können. Ah, okay. Oder ihr legt einfach ab und das Boot gehört jetzt einfach euch. Oder nicht. Weil ihr zu viert auf ihn einreden wollt. Was wollt ihr, wie wollt ihr dann an sein Geld kommen? Wollt ihr ihm drohen, auf die Schnauze zu hauen? Ich glaube, Anwalt und so ist auch schwierig da mit so Eskort und so. Die haben ja auch nichts Schriftliches gemacht, das ist schwierig. Also, ne, warten ist auch keine Option. Mit ihm reden habt ihr ja versucht, das geht auch nicht. Sollst ihr mit den Bluetop? Ich weiß nicht, also... Na gut, das wäre auch eine Idee. Aber wir können auch einfach reingehen. Ich weiß vielleicht zufrieden, wo der Ersatzschlüssel liegt. Wir machen ein bisschen Party. Ich weiß vielleicht, wo ein bisschen Alkohol ist. Hey, nein, ich bin gleich dabei sofort. Ich meine, wir sind mal zu viert zusammen auf einer Yacht. Oder? Außerdem hast du ja auch noch was gut zu machen, ne? Weil du mich die ganze Woche angelogen hast. Ja, aber... Genau, ich würde sagen... Ich habe auch was gut zu machen. Ich habe auch was gut zu machen, wo du logerst. Welcher Mensch versteckt... Vollidiot, ja. Geil. Boah, das ist so crazy groß, Alter. Guck mal, wie geräumig das ist. So, aha. Das ist ein fein Ding. Shit. Als hätte er gewusst, dass wir kommen. Unternehmens, die reine Box? Ja, mal anders denken. Sicher, dass er nicht kommt. Safe, safe, safe. Ja, komm, gönnt euch den Champagne und so. Das habt ihr... Nee, der hat mich gezahlt. Das könnt ihr euch nehmen, auf jeden Fall. Da bin ich auf eurer Seite. Sicher, der ist nicht da. Sicher. Ja, ich mach mal an, Brudi. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Mach mal an den Satz. Die haben komplett den Champagne gepoppt. Das waren auf jeden Fall die paar hundert Euro, die ihr eigentlich noch schuldet. Wir haben noch ein paar Orte an unserer Liste abzuarbeiten. Oh, warte. Waren wir mal zu spüren, oder was? Ja, ja. Waren wir mal zu spüren, oder was? Ah, so. Geht ganz gut. Na, ihr beiden, na? Na, das seid ihr jetzt ja plötzlich alleine hier im Räumchen, ne? Na, ihr beiden? Ja. Und noch zwei. Ja. Vielleicht ist das ja irgendwie der perfekte Moment, um mich nochmal zu entschuldigen. Also, ne, ernsthaft jetzt. Ich glaube, ich sollte mich wirklich nochmal entschuldigen. Es war einfach nicht cool, dass ich... Wo sind denn jetzt die anderen beiden hin? Wollten die richtig weg, oder wollten die nur oben einfach aus Brot? Weil wenn die ja kurz weg sind, dann habt ihr ja wirklich ein Momentchen. Denen ich gesagt habe, dass jetzt Mo und Jill schon Bescheid wissen, als was du arbeitest. Ja, das war schon ein krasser Vertrauensbruch. Du hast mich halt eine ganze Woche angelogen, ne? Geht das denn irgendwie irgendwas, das ich wieder gut machen kann? Hm. Du könntest vielleicht schon mal dein Hemd ausziehen. Na! Das würde vielleicht schon mal ein bisschen was gut machen. Ist das so? Mhm. Was will sie denn jetzt hier hinaus? Das könnte ich mir ja gar nicht denken. Ich bin doch gar nicht mehr sauer. Ich habe die doch schon längst verziehen. Alles gut. Ehrlich? Ja. Aber es ändert ja nichts daran, dass du dich nicht weiter ausziehen kannst. Was? Aber es ändert ja nichts daran, dass du dich nicht weiter ausziehen kannst. Nee. Finde ich auch. Da stimme ich zu. Die achte Folge Köln, auf die wir reagieren. In sieben davon hat sich alles ausgezogen. Warte mal. Ist das für dich okay? Was? Na, wir sind ja hier auf einer Jacht von einem Kunden von mir. Und wenn wir jetzt hier Sex haben... Ich habe dir schon mal gesagt, dass der Job für mich in Ordnung ist. Ja. Ist du jetzt nicht die beste Vorstellung, dass... Krass. Okay. Ich könnte das nicht. Ähm, da ist ja jeder so, da ist ja jeder so, wie er mag. Aber also, als, also für ein echtes, ernsthaftes Kennenlernen würde, also wäre für mich nie im Leben möglich, ja. Dass du jeden Moment weißt, okay, wenn ein bisschen Geld ruft, wäre sie weg und hat halt diese intimen Dinge mit einem anderen Mann. Das finde ich sehr schwierig. Ja, aber ihr könnt es ja trotzdem jetzt auf dem Boot machen, oder nicht? Geschieht dem Kunden doch recht? Oder diesem Typen? Der hat ja nicht gezahlt. Freunde, noch ganz kurz die Grüße. Grüße gehen in diesem Video raus an die Kommentare. An Tim, an der Sei-Bot und an Koki Kamala. Wenn du im nächsten Video auch gesparen willst, abonnier mich einfach auf YouTube und schreib einen Kommentar. Ich wollte es einfach nicht wissen. Ja. Okay? Okay. Ich glaube, wir haben jetzt andere Sachen zu tun. Uh-huh. Na. Na. Was war das? Was war jetzt der Schnitt? War das jetzt ein Schnitt von 10 Sekunden? Ja, die haben ja den gleichen Ausziehstatus wie gerade eben. Die kommen also nach 10 Sekunden wieder zurück. Oder sind sie schon bei Runde 2? Ja, was ist denn das? Mo und Jill? Nein. Das sehe ich mal an mit dir. Weißt du, vielleicht, keine Ahnung, kann der Besitzer doch kommen? Nein, 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 der ist weg. 100%. Sicher? Ja, ich glaube schon. Na ja, ja, glaube schon, wollte ich gerade sagen. Also kann ja trotzdem sein, dass der kurzfristig die Reise abgesagt hat oder irgendwas. Leute? Oder dass er mit seinem Boot dahin fahren wollte. Surprise? What the fuck? Ich gucke, es ist großartig. Das Ding. Wir sind oben gewesen und wollten... Hä, das doch. Uhu. Dann loslegen und dann haben wir jemanden gemerkt. Danke für die Information. Das ist für dich, aber... Du hast doch eine Eule. Das sind so tolle Tiere. Alter. Junge. Warte mal kurz. Hä? Die war da einfach oben? Einfach in einem Käfig. Und daneben stand der Handschuh. Dann habe ich mir gedacht, ich probiere es mal. Was? Der Typ hat einfach eine Eule oder was? Als Haustier? Aus seinem Boot? Also die habe ich hier noch nie gesehen, Leute. Keine Ahnung, was die hier macht. Ich glaube, das ist eine Schneeule. Das ist richtig... Guck dir mal die Augen an. Das ist voll heftig. Boah, ist das ein schönes Tier. Also nicht erschrecken oder so. Nicht schnell bewegen. Fühlst du die cool? Oh, diese Kopfbewegung. Eulen sind so witzig. Ja, klar. Das ist eine Eule. Also krass, dass du die auch einfach direkt auf den Arm nimmst. Voll mutig. Hä? Wie weit kann die den Hals drehen? Oh nein. Kleine Schneeule checkt gerade ein bisschen ihre Lage. Wie kann man denn so ein schönes Tier sein, Alter? Das ist ja. Das ist, glaube ich, zu warm da oben. Krank. Ja, easy. Easy auf 100. Hier, der Exorzist, Alter. Können die noch weiter hier den Hals drehen? Deswegen haben wir die jetzt einfach mal drunter genommen. Lass mich mal aufmalen. Natürlich werde ich auch aufmalen. Oh, ist das niedlich. Freunde, habt ihr mal Baby-Eulen gesehen? Das ist das Niedlichste, was es gibt. Das ist crazy. Guckt euch das mal an. Ich habe so ein Video gesehen von ganz vielen kleinen Baby-Eulen. Ey, ich bin gestorben. Wartet, Freunde. Ich muss euch das Video zeigen. No, der genießt es richtig, wie gestreichelt wird. Eulen und Igel sind schon so echt meine Lieblings... Das sind die süßesten Tiere auf diesem Planeten. Kann man denn so niedlich sein, Alter? Ich sterbe. Aber dieses Video hier... Oh nein, findet er ja da jetzt eine Baby-Eule? Oh nein, ganz alleine da auf dem Sport... Das ist herzerreißend, Freunde. Im kalten Wind. Hallo, kleiner Mann. Das ist das herzerreißende, was ich hier gesehen habe. Was machst du denn hier so ganz alleine auf dem Sportplatz? Bei diesem kalten Wind? Stell dich doch zumindest ein bisschen windgeschützt hin, Kollege. Das ist überhaupt gar nicht scheu. Okay, okay, sie kann fliegen. Alles gut. Okay, ich habe gerade echt gedacht. Das war tatsächlich das süßeste Video, was ich seit langem gesehen habe. Wie diese kleine Eule da mitten auf dem Sportplatz ganz alleine chillt. Ich habe gedacht, ganz verloren und die kann doch nicht mal fliegen. So habe ich gedacht. So jung ist die. Egal, weiter geht's. Ja, langsam bitte. Krass. Ja? Ist gut, nicht verstecken oder so. Nicht schlau, dass man... Okay, langsam. Ja, ja, langsam, langsam. Ich mache gar nichts. Ja, ja. Alles gut. Nein? Ich habe... Hast du? Ja. Okay. Ich habe... Ich habe... Du musst dann diese Handschuhe tragen wegen den Krallen wahrscheinlich, ne? Weil die sich sonst ins Fleisch bohren, ne? Krass. Weil die bestimmt richtig hart zu halten können. Die hast du heute einfach umgefunden, oder was? Ja, das ist auch voll... Wie haben sie umgefunden? Man kann die nicht einfach da oben lassen. Guck mal, wie die einfach ihren Hals um 180 Grad drehen können. Aber wo war die? In einem Käfig, oder was? Ja, ja. Der Typ hat die wahrscheinlich da oben verrotten lassen. Ist dem doch egal. Wahrscheinlich. Noch weiter sogar. Kann man einfach seine Augen belassen und sie abhauen? Ja, egal. Leute, dann würde ich sagen, scheiß jetzt drauf. Wir brechen die Party jetzt ab. Lass mal bitte nach Geld suchen und dann abhauen, ne? Ja, okay. Noch kurz streicheln und danach Geld suchen. Ja. Geht das so? Ja, klar. Was ist das jetzt mit der Eule? Hat die noch einen Sinn, oder? Wahrscheinlich haben die diese Wolke gedreht. Und irgendwie kam aus irgendeiner Ecke noch einer so. Achso, ich habe übrigens noch eine Eule. Wenn ihr die für einen Dreh braucht, kriegt ihr die heute. Ja, aber wir haben keinen Einsatz für eine Eule. Ja, dann baut die da irgendwo ein. Ja, wir suchen auf einer Yacht nach Geld. Und oben ist einfach ein Käfig mit einer Schnee Eule auf der Yacht. Ja, dann bauen wir die irgendwie ins Video ein. Ob es Sinn macht oder nicht, wir bauen die jetzt einfach mit in diese Storyline ein. Ja? Bauen wir jetzt einfach nur so eine Schnee Eule mit ein. Also, wir werden gleich erfahren, ob die noch einen Sinn hat oder macht. Aber bisher macht das nicht so viel Sinn. Die streicheln die jetzt einfach nur. Okay. Oder was? Ja, er hat seine ganze Kohle wahrscheinlich mitgenommen. Wenigstens ein Fuffi oder so. Wahrscheinlich Kreditkarte, ne? Ich würde sonst nicht gehen, ja? Soll ich da ehrlich? Die werden, die nicht finden, Leute. Lass doch noch gut sein. Aber ich will die auch streicheln. Ich will die Zigarren verkaufen oder so. Oder sie Box mitnehmen oder so. Scheißegal, irgendwas. Ist egal. Na, also bist du dir doch nicht so sicher, dass er weg ist, ne? Der kann dir erstmal Humbug erzielt haben. Pläne können sich auch immer ändern. Das ist schon sehr riskant, da einfach auf seine Riesenjacht zu gehen. Vor allem so bei Riesenjachten, da hat man halt auch oft einfach manchmal eine Crew, die sich ab und zu darum kümmert, nach dem Rechten schaut, das Schiff pflegt und so weiter. Weil wenn du so viel Geld für ein Schiff ausgibst, dann hast du auch noch Geld für Personal, was das einfach so ein bisschen pflegt, ja? Ähm, deswegen ist das grundsätzlich Whisky. Und ich weiß auch nicht, ob man einfach so da raufkommt, weil viele Häfen sind ja auch abgesperrt. Da kommst du ja gar nicht rauf, ohne wenn du jetzt ein Schiff besitzt. Aber vielleicht sind nicht alle abgesperrt, ich hab keine Ahnung. Doch, das ist der... Hä? Ist das dein Ernst, Mann? Ja. Was ist jetzt? Keine Ahnung. Okay, lass uns verstecken. Was soll ich noch verstecken? Ja, wir können jetzt nicht laufen. Der kommt doch gerade. Okay, komm. Dann lass uns gehen. Ich hab einen Vogel auf dem Arm. Eine verkackte Hüttchen. Oh. Oh, I'm so sorry, Leute. Ich bin müde. I'm so sorry. Äh, also, Moment. Mein Schlafrhythmus. Wollen wir nicht drüber reden. Nimm die Jacke mit, nimm die Jacke mit, komm. Komm, komm. Okay. Wir beide jetzt ein Team, ja? Das muss ich verraten. Bleib hier. Okay, scheiße, was machen wir jetzt? Das kann ich mir jetzt sagen. Harte Frage, was machen wir jetzt? Wie leise wird das nicht essen? Ja, wenn ihr jetzt da oben... Also, wir sind jetzt oben aufs Deck gegangen. Ja, ihr könnt jetzt leise sein und hoffen, dass er nicht hoch geht, ne? Sondern nur unten irgendwie schnell was sucht. Ich hoffe, ihr habt die Tür zugemacht und den Schlüssel versteckt, damit das nicht so... Damit man nicht direkt erkennt, dass da gerade Leute drinnen waren. Gugel auf meine Haare. Ich schau mich jetzt hin. Ich hab mir fucking vor. Was zur Hölle? Ja, die haben nicht mal die Tür zugemacht. Ah gut, die haben auch die ganzen Champagnergläser, ne? Aber das hätte man direkt auch schon ein bisschen mit aufräumen können. Dann hätten die gerade nur die Decke einmal ordentlich machen müssen, da auf der Couch wo die lagen und die Tür zu machen müssen. Und schon hätte man alle Spuren verwischt. Warum ist die Tür denn auf? Okay, der ist reingegangen. Wenn wir in die Tür wollen, dann müssen wir jetzt gehen. Die Jacke nicht vergessen. Was hat die gemacht hier? Was ist hier los? Psch, seid leise, Leute. Oh, als ob man das bei so einer fetten Glasfront nicht merkt, dass da gerade vier Leute vorbeigehen. Die Schritte. Und das ist eine dicke Glasfront. Achso, oh, das ist der Plan. Ich hopp, ich hopp, ich hopp, ich hopp. Mach auf, mach auf, mach auf. Das ist jetzt einfach die Rache dafür, dass ihr nicht gezahlt habt, oder was? Was ist jetzt mit der Eule? Hallo, du musst weg, ich hab einen Vogel auf. Wir nehmen jetzt gerade wirklich mit. Ich hab einen Vogel. Das ist eine Eule. Warum macht die Eule den Mund auf? Leute, was machen wir jetzt? Ja, wir können auf jeden Fall keine Schnee ohne Hebe halten. Also, ich weiß nicht was. Die gehörte halt dem Typen mit dem Boot. Ihr habt jetzt einfach beschlossen, ihm diese Schnee Eule auch zu klauen, oder was? Ihr wisst doch gar nicht, wie man, also wie man diese Schnee Eule, also wie man die hält und was die isst und so. Was ist denn Eulen eigentlich? Das ist euer Plan, das ist aber... Also, ich glaub, Hannes hat sich schon ganz gut mit dir angefreundet, also so sieht es für mich aus. Ja, haben wir uns auch. Guck mal, ich kann mich mit dir durch die Wohnung bewegen, also ist alles cool. Übertreib dich. Mach keine Scheiße, bitte. Nein, das ist alles cool, wirklich. Ernsthaft. Aber ey, wir können die sowieso nicht hier behalten. Also, ich hab die mitgenommen, weil wir sie als Lösegeld irgendwie beim Typen, dass wir die erstmal wegnehmen. Wow, okay, smart, smart, jetzt erpressen die, okay, ja, dann machen die sich jetzt auf jeden Fall richtig strafbar. Aber, ähm, ja, gut, er hat auch nicht gezahlt, also es ist jetzt, ähm, Front gegen Front, ähm, ja. Und so eine Schnee Eule ist, glaub ich, gar nicht mal so teuer. Äh, gar nicht mal so günstig, mein ich. Ähm, generell weiß ich auch nicht so, ob man so eine Schnee Eule einfach jedermann halten darf. Also, ich hab mal gehört, es gibt gar keine Scheine oder irgendwelche Lizenzen, Tiere zu halten, sondern du musst einfach irgendwie nachweisen können, du eben diese Umstände, unter denen das Tier leben kann, bereitstellen kannst. So, und einfach ein bisschen Know-how mit dem Tier hast. Und dann sollte das gehen. Also, wenn du so besondere Tiere, äh, äh, adoptierst oder kaufst, wie eine Eule oder Sugar Glider, also diese, diese Flughörnchen und sowas. Ich hab auch gesehen, dass man so zwei Flughörnchen einfach als Haustier hat. Wenn du dein Geld wiederbekommst, das ist der einzige Grund, warum die jetzt eigentlich hier gerade auf meinem Arm sitzt. Also, das ist nicht so, dass wir hier eine Flugshow draus machen, ne? Ja, wir bringen die ja jetzt nicht wieder zurück zu diesem Typen. Also, der hat sich ja einen Scheiß um die gekümmert. Aber was stellst du dir denn sonst vor? Ja, keine Ahnung, aber jetzt, ob der Lösegeld für das Tier bezahlt, ist dem doch egal. Ja, aber ab irgendeinem Punkt... Nee, wenn die Eule ihm was bedeutet? Also, ja doch, da habt ihr schon großes Potenzial. Also, wenn du so eine Eule mehrere Jahre hast, dann wächst es dir schon ans Herz, so wie so ein Haustier. Das ist halt dann vorher für einen Tierschutz oder so, das ist... Ich weiß nicht, wie du dir vorstellst, das hier in einer Wohnung zu halten. Das ist im Endeffekt... So süß wie die ist, aber es ist ein Raubtier, ne? Als ob die... Sieht aus wie ein Kuscheltier. Naja, es ist ein Raubtier, das stimmt. Ähm, okay, aber dann macht die Eule... Dann macht die Eule ja doch noch irgendwie... Hat sie seinen Zweck, ja? Ähm, ihren. Dann hat sie ihren Zweck, meine ich natürlich. Weil das jetzt quasi die Erpressung ist, ja? Zieh mir die Augen aus, kratzt bitte nicht. Außerdem fühlt sich Julien doch voll wohl. Ja. Julien. Julien. Den echten Namen finden wir doch eh nie raus. Wir haben ihr den Namen gegeben, jetzt sind wir Frauenüberschuss, zwei Typen, drei Frauen. Ja, entschieden. Ja, okay, dann Julien, schön. Julien bleibt. Moment, ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir gucken, was wir machen können, aber hier mit Julien bleibt oder so, ist eine vage Aussage. Du bist ja nervös, die Eule. Ich habe auch viel Hunger. Sehr hektisch guckt sie sich um, ist sehr nervös. Ja, der Vogel wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Keine Ahnung, ich mache hier mal Bananen. Kannst du mal gucken, ob wir Joghurt haben oder sowas? Ich gucke mal. Bananen und Joghurt? Naja, ich würde mal eher sagen, ist das eine Fitness-Eule oder was? Bananen und Joghurt, mach dem, mach dem Schnee-Eule doch mal einen Protein-Shake. Joghurt. Könnt ihr doch schon essen? Ich würde mal eher sagen, wie für die Tierhandlung ein paar Mäuse holen. So, was soll ich jetzt machen? Ja, genau, Mäuse essen die. Soll ich auf die Ringe gehen, ein paar Mäuse fangen oder was? Julien hat Hunger. Auf den Ring findest du die auf jeden Fall. Da kriegst du die auch mass. Ja, keine Ahnung, da kümmern wir uns morgen drum. Wir gucken, dass wir das jetzt hier irgendwie zu verwittern und dann können wir morgen in die Tierhandlung fahren, dass sie auch irgendwie was hat, wo sie draufstehen kann, weil die ganze Nacht... Hab ich sogar wirklich, oder ob das eine Ratte war, keine Ahnung, aber auf den Ring hab ich schon ein, zwei Mal Mäuse oder Ratten gesehen. Mein Arm ist jetzt auch nicht so witzig, ne? Stell dich mal nicht so an. Gut. Dann machen wir Essen. Ja, okay. Okay, ich freu mich zwar wirklich darüber, dass Mara jetzt endgültig in der WG angekommen ist und sich auch mit Jill und Mo richtig gut versteht, aber wir können doch hier keine Schneeäule halten. Dieses Umgucken. Frau Berger ist nicht da, die ist angewischt, ich weiß nicht, verschwunden. Du hast mein Kind geduldet. Und ich schwöre dir. Dafür wirst du bösen. Warte mal, Leute, das ist ja gar nicht mehr unsere Handlung. Ah, okay, okay, Freunde, das war's mit der Folge. Das ist schon die Vorschau für die nächste Folge. Ist auch, ist auch eine andere Handlung. Wir bleiben ja in der, in der Hannes-Mara-Test-Handlung, Freunde, weil die wollt ihr am meisten sehen. Wenn ihr immer Videowünsche habt, auf wen ich auf alle Kommentare antworten kann, ich lese mir so, wenn ich abends im Bett lese, lese ich mir so viele Kommentare durch. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Ideen habt oder so, dann schreibt mir das auf jeden Fall. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Mein Name ist Mats. Abonniert mich auf jeden Fall. Jeden Tag neue Uploads. Hier könnt ihr abonnieren. Hier ist mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Schreibt sie ab. Bis morgen. Haut rein. Und... 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 Bis zum nächsten Mal.